Ich habe eine Idee. Was denn? Wir überfallen die Schwachen und Krüppel. Ich kann sie nicht machen. Aber die Starken und Gesunden, die wehren sich immer so. Diese Wehrerei geht mir verdammt auf den Sack. Ich springe jetzt mal auf den scheiß Baum hier und dann erzähle ich euch mal was, ihr Wichser. Ist das nicht ein wunderschönes Gefühl? Einer alten Frau die Knochen zu brechen? Was? Aufgepasst. Allein letzte Woche habe ich sage und schreibe zehn Kindergärten überfallen. Und der Neger da hat mitgemacht. Die Blagen haben sich überhaupt nicht gewehrt. Das war geil. Und ich habe ausgeguckt, wo in der Stadt Behinderte wohnen. Die sind absolut hilflos. Du bist ein kankes Schwein, Robin. Ja, vielleicht. Aber es macht Spaß, so wie ein Rehkitz mit Benzin zu übergießen und anzuzinnen. Du hörst in den Klopse, Robin. Ich träube von einem dichten, dunklen Wald, in dem ich blutjunge Mädchen ausrauben und vergewaltigen kann, ohne dass jemand ihre Schreie hört und mich verpetzt. Du dreckige Prykoporten, Sau. Du kannst dich alle zum Sex zwingen. Doch, und mit dir fange ich jetzt an.